Jep Ich habe weniger HP Hey wo? Long D, C Okay Hey, just kill him Soll ich killen? Jaja Dün 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 Nicht dat bug Nicht dat bug Ich habe es gesehen Der läuft einfach rückwärts auf Hier oben Ja, das ist jetzt wirklich ein GG-Hilter Ich schwöre es dir Jetzt ist wirklich ein GG-Hilter Aus Schauer kommen sie, ich schwöre es Schauer Die Trüppel Box Hier ist ein flash Schauer 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 Jetzt durch 1 1 1 2 1 2 3 4 4 4 5 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 6 9 10 5 6 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 15 er ist so weit zogen ich bin gleich geholfen ich bin gleich geholfen ich pushe einfach ja ich pushe mit dir raus, ich habe meine Waffe da ist eine Waffe ich bin gleich geholfen ich bin gleich geholfen du bist 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 gleich geholfen ich mache ein Bot an hier, hier, komm gut ja genau, 40 damage du bist richtig tot pushen bist du dabei? so richtig tot pushen einfach wie rushen ihn direkt durch seine erste smoke nehm, wir gehen hier Achtung, Molly Molly gut 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 oh mein Gott, Junge wir gehen vor allem vor allem wenn wir geholfen ich wäre jetzt gut thanks for helping guys warum nicht? ich habe Angst ich glaube ich mache einen crazy wenn ich jetzt wieder sterbe weil ihr beide in eine Richtung dauert dann fick ich euch beide und dann bei mir ist der Tod oder? ich meine, ich habe einen Rammbo und den Penis in den Arsch oder! Oh Bro, das ist seit wieviel das er ist, drittes 8 jetzt die Runde Chill mal, hättest du das nicht, Alter